Okay, der blöde ist einfach alle einmal kurz, wenn du zurück spulst, dann merken wir es nicht. Das blöde Castle noch machen. Komm, lass wenigstens mit dem Castle laufen. Tap, tap, the red nose fort. Oh toll, Buggy hat ein Schloss gekauft. Was ist das denn jetzt? Ich konnte mich noch nicht mal so schnell umdrehen. Ach, fang auf. Ich hasse dieses Geld, ich hasse es. Er verabschiedet sich nur ins Bett. Jetzt schon. Ist doch noch nicht mal hier irgendwie gearbeitet, Herr Mod. Geht der schon ins Bett? Kann den nicht mal... Ach, verdammt. Ja. Ne. Ach. Sehe ja nicht, wo ich... Ja. Oh mein Gott. Das Fressen und zum Ei machen dauert zu lange. Ich habe die Wurten Münzen nicht bekommen. Das ist schlecht. Ich habe gedrückt. Der legt mich ins Spiel, ey. Ach so. Die kleine Scheiße dann auch noch. Ja, ins. Was soll ich denn hier schon wieder machen? Will ich mich auflösen oder was? Wie schön, dass diese Flammen auch... Hä? Ich stehe da unten. Stehen ist mir da egal. Ja, schön. Ich muss ja... Und was ist hier? Ich muss einfach nur warten. Ich kann doch nicht mal sterben hierbei. Das ist ja einfach nur Zeit schinden. Damit es länger Level wird. Äh, doch. Damit es Level länger wird. Mit deinem Maul. Gib Sternis. Wo war denn da eine Röwe? Ich habe keine gesehen. Schlüssel. Kann ich da aber auf Landen? Da unten sind schon wieder Todes-Spikes. Geht schon wieder los hier, ey. Warum ist es hier diese Finger? Hä? Oh Gott. Oh Gott. Das war's für heute. Was ist er denn jetzt? Blob? Der Blob ist weg. Was mach ich jetzt ohne Blob? Oh, da ist er. Was soll ich denn mit diesem Blob jetzt hier anfangen? Och, fick dich doch. Was ist denn das? Das ist doch ein schöner Bucky. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das so gewollt ist. Hallo. Da gibt's jetzt den Schlüssel her, oder? Ja. Sag ich mir. Was passiert denn da? Warum ist dieses Spiel so? Oh, toll. Hä? Was? Oh mein Gott, wenn ich schon voll hab. Gib. Gib mir mit dem Schälen. Nee, was ist das denn jetzt? Ah, Feuer. Hä? Äh, was? Das ist ein schöner Bucky. Was ist das? Das ist so. Das ist so. Äh. ich habe doch einen schlüssel wir haben einen schlüssel geister Ich versuche immer so viel wie möglich eins zu sammeln. Ach so, als müsst ihr da erst weg. Oh nein. Ey, Manns, gute Nacht. Ich würde auch so gerne ins Bett gehen, einfach den Scheiß hier sein lassen. Ich habe mich jetzt... Wo soll ich hin? So ein Loch. Hier war ich noch nicht. Ach, Sternis. Ach, da, ja. Okay. So, jetzt mal hier runter. Da war ich aber den Schlüssel für... Oh mein Gott. Weiter runter. Waren wir hier schon? Nein. So. Na... Oh, fuck off. Geh weg. Hä? Ach, du bist ein Blob. Gib mir den Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. hoch zum aber noch hoch und das müsste der jetzt sein ja spinne an der decke nein nein ja 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 nein gute nacht neon schlaf wunderbar was soll ich denn jetzt machen hier schwimmen auf einem holz stamm im lava ja ne und darf ins bett der hat ja auch keinen mod hier man muss arbeiten geh doch als ob irgendjemand auf mich hören würde ja und hä muss ich hier irgendwas machen die schon wieder irgendwas nicht an mod lens blocks mach ein command ich packe einen timer vom bot dass er dich natürlich das war purer skill nichts locker nein das war das war das war das war ja das war 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 ja dass ich die sterne verloren habe sie ärgert mich wirklich unnötig jetzt haben wir ja nicht mehr viel oder vier level doch die letzten vier welten was kann schon schief gehen ich möchte es nur ausprobieren ja das geht schon mal los da kommt irgendwas raus wenn ich da drüber gehe ja du bist doch zum eier machen da nein ich wollte nein fuck off geh weg nein ich kann halt nicht schnell reagieren auf der plattform jetzt wenn das ist wow du bist wieder so ein spinning ding oder nee seid ihr nicht zeig mal nach oben ein bisschen wo bin ich ich sehe nix nein 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 ja 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 oh mein gott oh mein gott ja nein ja, 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 ja 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 ja. Habe ich sechs? Anscheinend. Ah. Ah. Ah, das ist eine Brote-Münze, die habe ich. Hu 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 hu. Äh, diesmal nicht. Mist, der Brote-Münzen-Heini ist nicht da. Doch da. Hast du aber die Plattform anzünden, auf der ich stehe? Ne, ne? Na. Aha. Da rechts ist doch bestimmt das, ne? Oh Gott. Was ist das? Nein, wieso bin ich denn da drauf? Bin ich doch gar nicht. Ah. Nee, nee, nee. Oh mein Gott. Was bin ich da drüber? Warum? Nö, nö. Und lang. Und lang. Wäre aber schon was gewesen. Die beiden, die sieht man ja gar nicht, ne? Oh. Oh. Okay. Okay. Leidberg, ich sehe, dass du irgendwas geschrieben hast. Aber ich kann leider nicht kurz Pause machen, um zu gucken. Das ist leider ein bisschen schlecht. So wäre ich da hingekommen. Okay. Dann halt so. Aus Panik. Oh, 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 oh. Ja, dann kann ich jetzt irgendwo Pause machen. So. Ich darf dein Hintergrund, dein Hintergrundmusik im Pause spielen. Hat mich einfach wieder aus dem Schlaf gewissen. Weißt du, er war ja zu schön, um wahr zu sein. Dass der Jausen, Jausenautomat in der Firma gutes Essen hatte. Jaus, was ist ein Jausenautomat? Oh, was? Nein. Oh, ich hab... Das... Das wollte ich nicht. Das habe ich halt Eis. Essensautomat. Ja. Hä? Toll. Ach so, nee. Muss ja gar nicht. Oh. Ich will doch gar nicht das. Nein. Wie kann ich das weglegen, was ich im Mund habe? Oh, das ist zu verbrauchen. Danke. Voll dich nett. Oh nein, wirklich? Oh Gott. Kann ich das eigentlich auch? Hier kann ich eine Stammattacke machen. Vielleicht kann ich das kaputt machen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hm, okay. Hm. Okay. Hätte ich mir sparen können. Ich hätte auch fliegen können. Ach so, hier. Ach nein, das geht weiter. Wir sind doch schon draußen. Guck mal, ist doch schon Licht und hell und... Oh Gott. Oh Gott. Dann muss ich wahrscheinlich alle wegmachen. Ach nee. Haha. Oh Gott. Keine Zeit, dir alle einzustampfen. Oh. Ich habe das Auto-Scroll. Yay, Bonus-Challenge. Wub, wub. Na, guck mal. Sechs Coins nicht gefunden, ne? Ist okay. Salat Machine. Schon vorbei. Tja. Verkackt. Kinder? Glücksspiel ist schlecht. Ich habe das gesehen. ENDE strongly. Aufmerksam zu fallen. entendu. Und nie.